Vier Bewerber Jeder hat ein Geheimnis. Wahrscheinlich denken Sie jetzt auf einen Torero mehr oder weniger auf der Welt, kommt es nicht an. Aber nein, ganz und gar nicht. Da liegen Sie total falsch. Ein Torero ist... Ein Torero hat... Ich setze jeden Nachmittag mein Leben aufs Spiel. Sie haben sich noch nie vor einen Stier gestellt, Sie wissen gar nicht, was das heißt. Ich schon. Wir Toreros haben... Jordi Galcerans Meisterwerk ab 16. März im Theater Ihres Vertrauens. Ich setze jeden Nachmittag mein Leben aufs Spiel. Ich setze jeden Nachmittag mein Leben aufs Spiel.